Dann reden wir auch nicht lang um den heißen Brei herum, sondern kommen persönlich vorbei. Siehst du irgendwas, Patrick? Das 1&1 Auto kommt! Und zapp! DSL-Modem. Hallo! Hallo, bin Marcel Davies. Wenn Sie mit einem Produkt nicht hundertprozentig zufrieden sind, bringen wir es Sie persönlich um. Das hier ist unser DSL-Modem. Dankeschön! Er hat wahrscheinlich eine 10-Jahres-Ration-Scheiße-bestellt. Ach, ein neues PlayStation 4-Gerät. Ruhig, ganz ruhig. Also lasst mich mal raten, ihr zwei habt euch ein PlayStation 4-bestellt, nur damit ihr in der Schachtel ficken könnt. Zieh mich schlau, Herr. Ich dreh durch am Lackrüm. Wir brauchen gar keinen PlayStation 4. Schließlich haben wir ne Menge Marihuana. Alter, ernsthaft, Halt's Maul. Kann ich den PlayStation 4 haben, bitte? Na klar, gern. Oh, Junge, Junge. Viel Spaß damit. Und wenn du es dir anders überlegst, wir ficken in der Schachtel. Eine Stunde später. Wollen wir ein bisschen kiffen? Na klar, gern. Vollidiot. Könnt ihr zwei nicht mal Ruhe geben? Genug, für jetzt. Wie macht ihr das mit den Geräuschen? Welche Geräusche meinst du? Ach, hör mir doch auf. Ich weiß gar nicht, warum ich hier meine Zeit verschwende, wenn ich doch schon längst vor meiner Playstation 4 hängen könnte. Was ist das denn hier? Das ist nicht sexy, red dir doch so'n Scheiß nicht ein. Ah, wie macht ihr diese Geräusche? Ganz einfach, man braucht nur ne Schachtel. Und ne Menge. Marihuana. Wie funktioniert das Ding? Es muss doch irgendeinen geheimen Knopf oder Schalter geben. Ich meine, hört euch das an. Ha, ha, hau, 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 hau. Na klar, gern. Ja, ja, hau. Wem ist ihr Ficken? Ah, ah, nice. Ah, nice. Mein Penis ist steif. What the fuck? Es muss doch ne Erklärung geben. Denk nach, Taddeus, denk nach. Wem ist ihr Ficken? Ha, ha, hau, 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 hau. Taddeus ist wirklich ein Depp. Was, die lachen über mich? Ich muss mich beruhigen. Vielleicht lenkt mich wenigstens der Fernseher von ihren kindischen Spielen ab. Dazu Riesenberge Wettfleisch. Oh, richtig deftig mag ich schon mein Frühstück, ne? Besonders nach meiner Zuckerspritze brauche ich dann ein deftiges Frühstück. Das ist ja normal, ne? Da geht es darum zu bunsen, bis die Fotze brennt und der Schaft glüht. Rein, raus, rein, raus, hier, 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 hier. Gibt es denn überhaupt noch irgendein Programm ohne Schlampe? Ich verlieren um meine Schlampe. Und willkommen zu meinem Scheiß-Video. Ich bin... Süchtig nach Crystal Mav und Crack. Na, das ist okay. Ich meine, da geht es bestimmt nicht um Scheiße. Ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Ich gebe es auf.